Melek, was kochen wir heute Abend? Ich weiß nicht. Fisch mit Reis? Ja, gut. Und Gemüse dazu? Auberginen und Tomaten vielleicht? Ja, gute Idee. Haben wir noch Gemüse? Nur eine Paprika. Okay, wir brauchen also Auberginen und Tomaten und Fisch. Noch etwas? Ja, eine Packung Reis und einen Becher Sahne. Ich kaufe das Gemüse und den Fisch auf dem Markt. Kannst du den Reis und die Sahne kaufen? Klar, ich gehe nach der Arbeit in den Supermarkt. Fisch, Auberginen, Paprika, Reis, Sahne. Die Dose Die Tüte Die Packung Die Flasche Der Becher Das Glas Das Stück Die Scheibe Die Flasche Die Flasche Die Flasche der Becher das Glas das Stück die Scheibe 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 Klar. Ich gehe nach der Arbeit in den Supermarkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020